Hallo Leute, Part 22 sind wir mittlerweile. Mann, ich würde sagen, das sieht ganz schön voran bei Arcania Gothic 4. Und wir starten durch, wie immer. Wir haben als letztes, was haben wir denn gemacht? Wir haben den Baron Redwig, ich glaube er hieß Redwig, haben wir so ein paar wichtige Dokumente wiedergebracht. Der hat uns dann zur Belohnung einen Passierschein ausgestellt, noch eine fette Rüstung gegeben. Und wir sind dann hier, da hinten durch die Brücke, durch das Tor, durch die Falltür, die Steine runtergekrochen und stehen jetzt hier im Wald. Toll. Und da vorne ist auch schon irgendein Vieh. Ich habe aber keine Ahnung, was das für eins ist. Schade, ich kriege es jetzt auch nicht an, wie es ist, ist ja nicht so wichtig. Mir wurde gesagt, ich soll jetzt auch öfter mal mit der Armbrust spielen, schließlich haben wir das Ding ja. Und Armbrust ist sowieso viel cooler als alles andere, also nehmen wir die Armbrust, spielen wir damit ein bisschen. Ich soll öfter auf die Karte gucken, dass ich mich nicht so oft verlaufe. Haben wir damit auch gemacht, top. Also man sieht, hier können wir noch weiter jetzt, da wo es blau wird. Haben wir das jetzt auch gemacht. Und ich habe ja gesagt, ich wollte mal kurz im Netz nachschauen, was das denn nun mit der Geldkassette auf sich hat. Und ich habe herausgefunden, das ist ein Quest-Gegenstand. Ja, okay. War jetzt nicht so sinnvoll. Uh, Rolle. Sehr cool. Ja, klar, das ist ein Quest-Gegenstand. Das ist ja auch bei Quest-Gegenständen drin. Oh, die macht aber ordentlich. Ein wilder Scavenger. Junge, Junge. Ja, genau. Das ist quasi für eine alternative Quest-Lösung, um die Banditen hier platt zu machen. Die hier die Brücke blockiert haben. Wo wir quasi den Mäd mit Pilzen vergiftet haben, hätten wir den Typen, hätten wir wo auch zu Mordra gehen können, irgendwie. Die hätte ihm dann den Schlüssel gegeben, weil das ist ja hier so die alternative Idee dann von mir, wäre die dann gekommen, quasi. Mordra hätte eben dann den Schlüssel, irgendwie, oder irgendwoher hätten wir auf alle Fälle die fallend nicht um. Irgendwoher hätten wir den Schlüssel dann für das Ding bekommen und wäre dann damit zu den Tor-Wachen gegangen. Und die hätten dann einem letztendlich auch das Tor aufgemacht. Also alternative Quest-Lösung brauchen wir nicht mehr, haben wir trotzdem noch ein Inventar. Ja. Hätten sie dann auch rausnehmen können, was ist denn das hier? Ist das ein Holzfäller-Lager oder so? Sieht fast so aus. Und das da hinten? Sieht aus wie ein Dach oder eine Hütte oder sowas. Warum ist denn das dunkel? Haben wir beim letzten Mal im Dunkeln gespeichert? Ich habe gedacht, es war hell. Oh, haben wir daneben geschossen? Ja. Na Gott sei Dank kommt er nicht angerannt. Jetzt kommt er angerannt. Nachladen. Ja. Gesundheit. Weglaufen. Ja. Daneben setzen. Nochmal daneben setzen. Also mit Pfeil und Bogen war ich besser. Für alle, die die Meinung waren, ich sollte mit Armbrust spielen, irgendwie, äh, sah das mit Pfeil und Bogen wie Konter aus. Oder ich habe mir einfach mehr Mühe gegeben. Das kann es natürlich auch sein. Ja, wir kommen trotz allem klar. Wir können die Viecher auch so umhauen. Das sind mir eigentlich Jacke wie Hose. Spielen wir ein bisschen mit Armbrust. Wir können ja immer mal wechseln. Dass uns die Munition nicht ausgeht. Momentan schwimmen wir ja mehr oder weniger in Munition. Was ich mir schon physikalisch vom Aufwand her recht kompliziert vorstelle. Aber es ist nun mal so, hier sind lecker Dämonenkäppchen. Die nehmen wir natürlich mit. Und, äh, da ist noch ein Scavenger. Der hat uns natürlich gesehen, bevor wir ihn gesehen haben. Aber das ist ein Normaler. Den nehmen wir hier ruckzuck nieder. So muss das laufen. Da sind noch zwei. Das ist jetzt die Frage. Wir können ja hier mal mit erhobenem Schwert auf ihn warten. Verpassen ihn. Ach, 106. Okay. Und da haben wir die auch noch weg. Mensch, wir sind ja hier schon ein richtiger professioneller Schwertkämpfer. Ne, von da kommen wir. Ach, jetzt sind wir doch auf dem richtigen Weg. Na, gehen wir den mal noch schnell lang gucken. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen haben. Ja, so ein Waldweg. Nö, hier gibt's auch nichts weiter. Gut, dass wir da drüben lang gegangen sind. Dann haben wir ja gleich noch ein paar Erfahrungspunkte für Scavenger einkassiert. Und wir schauen uns erst mal, was hier hinten in der Hütte war. Oder in dem Haus. Dorf, Stadt, was auch immer. Weltmetropole. Halt hier hinter dem Zaun. Joa, Mensch. Hier ist ja richtig viel los. Äh, sieht man schon an den alten kaputten Fässern und so, die überall rumliegen. Ja, da sieht schon so halb wichtig aus. Uh, der hat eine Dienerin. Wer ist das da? Noch eine Dienerin. Ja, so als Mittelalter, Fürst, Baron. Was ist der? Moment. Kastellan. Als Kastellan, da kann man schon mal hier mit zwei Dienerinnen shakern so ein bisschen, ne? Armbrust. Elixier. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, was wir kriegen können. Hier sieht wieder gemütlich aus. Eine Truhe. Die ist natürlich verschlossen, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind ja hier hochgeskilled in Sachen Dietrich, Gold, Aubergine, Igitt, Bolzen, Hansbandagen, schwere Armbrust. Nehmen wir alles mit. Haben wir jetzt schon wieder eine bessere Armbrust bekommen? Das sah fast so aus. Was machte die? 20, unsere Macht. 19. Ja, Hertha, tut mir leid. Äh, ausgedient. Sieht auch fast genauso aus. Ihr habt kein Problem. Fällt gar keinem auf. Morscher Bogen. Ich will so einen Schinken klauen eigentlich. Früher konnte man noch Schinken klauen und Käse auch. Heute ist das nur noch hier so Deko-Element. Früher war alles besser. Ich habe gar nicht auf die EU geguckt, wenn ich angefangen habe mit aufnehmen, aber das macht nichts. Dann machen wir wieder so ein 3-Stunden-Part. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen wir noch eine rostige Säge mit. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ah, es ruckelt ein bisschen. Heilpflanzen haben wir. Hier ist wieder Pilze. Pilze kann man nie genug haben. Also so, äh, mit sich rumtragen im Rucksack. Solche zum Essen. Nicht irgendwie hier so Pilze vom Fuß oder so. Das ist eklig. Ja, sammeln wir noch mehr Pilze ein. Baumstamm, da können wir sägen, aber das wollen wir nicht. Hier geht es wieder raus. Hm, was haben wir hier? Hier ist auch überall nichts. Alte Fässer. Noch viel ältere Hütte. Schauen wir da mal rein, wobei ich bezweifle, dass es hier etwas Hochwertes gibt. Außer einen Mana-Trank natürlich. Gut, wir zaubern jetzt eh nicht so viel. Ausdauertrank. Bogenpflege und Wartung. Das klingt so, als könnte man da irgendwas lernen. Teleporter wurde aktiviert. Wo ist denn hier ein Teleporter, bitte? Noch eine Armbrust. Die lassen hier auch alle Waffen rumliegen. Ach, da. Ja. Gut zu wissen, hier haben wir einen Teleporter drin. Ach, und wegen den Teleportern, wir haben ja hier so einzelne Gebiete immer. weil da kam so die Frage auf, ja, warum rennst du so weit zurück? Nimm doch einen Teleporter, wenn wir jetzt hier die Karte nehmen. zoomen wir mal ein bisschen rein. Ja, dann ist das hier ja Stuart, beziehungsweise das Stuart locker die Bietje drumrum, halt, Karte bleibt in der Mitte, hier das die Bietje drumrum. Und dann ist ja da so ein Teleporter. Für die Stadt, sag ich mal. Und ich glaube hier so auf der Höhe irgendwo oder da so irgendwo für den Stall. Und ich kann, wenn ich dort oben reingehe, kann ich nur dort in dem Teleporter ankommen. Ich kann mich von da nicht nach da unten teleportieren. Zur gespaltenen Jungfrau. Quasi in einem Gebiet sind immer zwei Teleporter. Gespaltene Jungfrau, Fischerdorf, Stuyork Stadt, komischer Stall. Und ich kann mich immer nur zwischen den beiden im Gebiet hin und her teleportieren. Also ich kann mich jetzt nicht hier auf den Teleporter stellen und dann sagen, lass uns da runter reisen. Sondern ich würde dann irgendwo, wo auch immer hier der Teleporter dem Gebiet ist, den müssen wir logischerweise erst noch entdecken. Nur da kann ich mich hin teleportieren. Also verlieren die in meinen Augen einen Wert, weil dann teleportiert man sich, dann kommt wieder ein Ladebildschirm und dann ist man auch hier laufen. Gold Pfeile, Waldläuferbogen, Zept. Ach ja, wir hatten ja hier den komischen Bogenpflege, die Brauchsanleitung für Bogenpflege, Poliermittel oder sowas hat man ja eingesammelt. Blaubeeren, Knoblauch, Amulett, wie geht es? Aubergine. Und gegrilltes Wild. Na das klingt schon besser. Die Aubergine, die können bleiben, wo der Pfeffer wächst beziehungsweise wo Aubergine wachsen. Das ist mir da relativ gleich. Gelernt, gelernt, Spruchrolle, Handwerksanleitung gelernt und der Rest ist alles zauber. Ach ja, die können wir mal hier runterpacken. Die können wir schneller rennen. Na hier so sinnlos auf Troffholzen machen wir mal hier auch nicht. Runeter Wut. Die können wir später mal noch ausprobieren. Was darf sein? Äh. Hi, Gunther. Ja, du regl dich schon mal nicht so. Ja, äh. Auf sowas lasse ich mich ja auch nicht ein. Oh, es regnet. Was wollte ich denn? Ich wollte doch gerade noch irgendwas machen. Halt, nein. C war Crafting. Ah, Waldläuferbogen. Den kann ich dann quasi erstellen und der hat 22 Fernkampfkraft plus 5 Lebensregeneration. Dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz, was unser Bogen gerade so macht. Äh, auf I wie Inventar. 12, 16, Moscherbogen, 16, Ebertöter, nur 15. Aber halt hier den Bonus da noch drauf. Und das Ding hier auf Crafting, das hat 22 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und noch hier was Grünes, also bringt noch Attribute. Den merken wir uns mal vor. Wir stellen ja gleich mal noch ein paar Tränke her. Hm, Knoblauch. Wildbrett und Knoblauch. Gegrilltes Wild. Nahrung. Zartes Wild. Kräftig gewürzt und perfekt angebraten. Das klingt doch sehr gut. Das machen wir uns gleich. Einmal das Bestes machen wir nicht. Das haben wir noch nicht einmal gebraucht. Hallo. Das ist auch gut so, weil wir ernähren uns nur von gesunden Sachen. Nichts, was irgendwie Durchfall erzeugt oder oder Eczeme hervorruft oder so. Das sind dann immer nicht ganz so hochwertige Nahrungsmittel. Da sollte man die Finger von lassen. Noch ein Adlerauge Elixier. Mutriger Kurzbogen. Aussicht im Wald. Es regnet. Wir werden nass. Ja. Das Wetter trägt natürlich sehr zur Atmosphäre bei, aber es sieht auch total ungemütlich aus. Lieber so ein bisschen Sonnenschein wäre schon cooler. So, jetzt haben wir hier ein Bildtor, aber der sieht so hochnäsig aus. Wir gehen erst mal zu Gunther. Die wirkt zwar so ein bisschen billig, als hätte es es nötig, aber immer noch besser als mit dem komischen Typen da drüben zu reden. Gunther, sag was. Hey du, kannst du mir helfen? Bei was soll ich dir helfen? Ich komme von der Burg. Eigentlich bin ich Händlerin, aber in der Not helfe ich den Verwundeten. Ich wollte die Waldläufer um einen Gefallen bitten, aber ich kann sie nirgends finden. Ja, hier ist ziemlich wenig los. Um was für einen Gefallen handelt es sich? Wir brauchen Heilnüsse für die Verwundeten. Jemand muss die Wildschweine im Südosten des Waldläuferlagers jagen und ihnen die Heilnüsse aus den Mägen schneiden. Was? Die Wildschweine hier fressen eine Nussart, die über Heilkräfte verfügt, aber für Menschen giftig ist. In den Mägen der Schweine verschwindet das Gift. Deshalb können wir nur Nüsse aus Wildschwein-Mägen gebrauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, werde ich dich belohnen. So ein halbes Dutzend Nüsse wäre gut. Ich gehe jetzt zurück in die Burg. Komm dorthin, wenn du sie hast. Igitt. Nüsse aus Wildschwein-Mägen. Das ist fast wie der Kaffee, der von Katzen ausgeschissen wird. Rune des Erdstoßes. Diese Rune fügt allen Gegenumkreis Schaden zu und wirft sie zu Boden, wenn sie Menschen sind. Hey hey, also die hat ja hier von jedem Scheiß alles dabei und zwar nicht zu knapp. Ausdauertränke, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir gucken, was wir noch verkaufen können. Ach, da kommt die Axt kann eigentlich weg, die wollen wir nicht. Ja klar, ja der macht Fossschaden und aber wir benutzen eben nur eine Waffe. Von daher können wir hier, der kann auch weg. Das Zeug, was wir sowieso nicht benutzen, können wir dann eigentlich auch gleich verkaufen, bevor wir uns hier das Inventor noch weiter zumüllen, als es sowieso schon ist. Ah, hier ist der beschädigte Waldläuferbogen. Das bedeutet ja, ich kann den da auch verkaufen. Den habe ich jetzt extra aufgehoben, so wenig wie vielleicht war das ja der, den wir da haben, aber es war nicht so. Obsidian brauchen wir noch und ich glaube noch eben so einen Trank. Brief, die träge ich ja die Geldkassette, damit können wir nicht mehr anfangen. Was wir mit dem Schlüssel machen, weiß ich auch nicht mehr genau, da haben wir glaube ich irgendwas aufgemacht. So, was hat die hier? Rezept, die grillt es wild, Hammer. Für Heiltränke. Das nehmen wir mal mit. Weil das ist dann nicht für die, was haben wir hier, die Ringe oder sowas Essbares. Ringer Heiltranks, sondern schon für größere, das nehmen wir mit. Ausdauer brauchen wir nicht, Fackeln haben wir, Ring brauchen wir auch nicht, Kriegsbogen. Ein Bogen, wie er von den Silberseetruppen verwendet wird. Hey, er verschießt Pfeile, immerhin. Scavengerfedern haben wir sowieso zu viel, Knoblauch, wer schleppt denn 999 Knoblauch mit sich rum? Ein Sternenamulett, ein zweiköpfiges Amulett, Rune des Erdstoßes, aber wenn wir die Rune jetzt kaufen, dann sind wir fast wieder pleite. Wir merken uns hier die mal vor, die Gunda und wir gucken uns das später nochmal an. Was hat wir jetzt? Hier, ein Schriftstück hat man gekauft, so ein Rezept noch. So, jetzt gucken wir mal kurz, was wir dafür brauchen, für den besseren Heiltrank. Auch Heilpflanzen und eine normale Fiole. Ah, Knospen, acht Knospen, die Heilpflanzen haben wir hier, wenn ihr ballert in so einen Fiole und hier brauchen wir richtige Heilpflanzen. Von denen haben wir nur fünf, aber ich denke, da werden wir jetzt schon in dem Gebiet bestimmt auch mehr noch von finden. Und dann hüpfen wir hier mal ins und reden mal mit Gildor oder Kastellan. Wer bist du? Kommst du von der Schlacht? Nein, aus Stuark. Ich suche Gildor, den Kastellan der Silberseeburg. Du hast ihn gefunden. Ich bin Gildor. Da oben. Da oben. Da steht's. Wir haben nur deswegen angesprochen. Ich suche den und den. Der Baron von Stuark hat mir einen Brief für dich gegeben. Neuigkeiten aus Stuark? Endlich. Hier, jetzt wo ich dir den Brief gegeben habe, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun. Tut mir leid, Fremder. Was immer es auch sein mag, es muss warten. Warten? Mein Anliegen ist aber dringend. Das glaube ich gern, aber seit die Schlacht vorüber ist, habe ich alle Hände voll zu tun. Wir müssen die Toten begraben und uns um die Verwundeten kümmern. Kann ich euch irgendwie helfen? Jede helfende Hand ist willkommen. Ich muss zurück zur Burg und Doran streift immer noch über das Schlachtfeld. Doran? Der Bannerträger meines Herrn. Er weigert sich in die Sicherheit der Burg zurückzukehren. Bringe ihn heim. Dann werde ich deinem Anliegen Gehör schenken. Warum will Doran nicht in die Burg zurückkehren? Seine Ehre verbietet es ihm. Er hat die Standarte unseres Herrn während der Schlacht verloren. Ist dir die Standarte deines Herrn egal? Nein, aber im Augenblick brauche ich jeden meiner Männer in der Burg. Ich kümmere mich um Doran. Danach reden wir weiter. Wo ist das Schlachtfeld? Im Nordosten von hier, beim Eingang zur Schlucht von Sornjara. Folge einfach der Handelsstraße. Und eure Burg? Wo finde ich die? Sie lügt im Süden von hier. Folge einfach der Straße, die Richtung Südosten führt. Ja. Also quasi zwei verschiedene Ziele. Immer der Straße nach. Ist ja nicht so leicht. Äh, nicht so schwer. Nicht so leicht, genau. Ja, für mich kann das zur Herausforderung werden, gebe ich zu. Im Südosten und im Norden oder so. Hier haben wir noch eine Streit-Axt. Schauen wir gleich mal, was die noch für Schaden macht. Man muss ja alles immer vergleichen. 21, aber wir haben ja hier mit 27 unser fettes Ritterschwert. So, halt, nein, Karte wollte ich nicht. Questlog, wir suchen jetzt erstmal hier, äh, eklige Nüsse. Auftrag markieren. Und, wo müssen wir denn lang? Darunter. Ich denke, das schaffen wir ja so ein paar Schweine abmurksen. Wird ja hoffentlich nicht zu schwer sein. Burg Silbersee, also da wird es auch zur Burg gehen. Da ist noch, oh, hier sind Pflanzen. Ogerblatt, Ogerblatt, noch mehr Ogerblatt, ein Knospen des Ogerblatt. Hasis. Eine Heilpflanze. Uh, lauter Hasis. Bam, stirb, Hase. Das ist das Killerkaninchen, dafür brauchen wir die heilige Handgranate. Ich könnte jetzt sagen, aus welchem Film das kommt, aber ich mache es natürlich nicht, weil wir haben ja, ich habe ja hier Rätsel versprochen, also, aus welchem Film stammt das Killerkaninchen und die heilige Handgranate. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare, der das Erste, der es in die Kommentare schreibt, bekommt von mir einen Ikea-Bleistift zugeschickt. Den werde ich höchstpersönlich im Briefumschlag stecken und zu euch schicken. Also, wer einen Ikea-Bleistift haben will, der schreibe bitte die Lösung des Rätsels dieser Folge in die Kommentare. Ich melde mich dann bei euch und dann sagt ihr mir eine Adresse oder so, wohin auch immer ihr eure, eure Bleistifte, euren Bleistift geschickt haben wollt. Top, wir haben aus einem Schwein zwei Nüsse bekommen. Halt, ach, der sammelt die ja immer schon, sobald die tot sind. Ja, muss man nicht in der Nähe stehen oder so. Sondern, Hauptsache, man hat das Schwein, äh, erschossen. Na, na, auf welcher Seite? Da. Der hat gesessen. Jetzt wäre so ein Headshot-Sound geil gewesen. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Jetzt haben wir hier noch drei Nüsse oder so. Verdammt. Jetzt haben wir einen Hasen. Was ist denn das? Verdammt, das waren hasenfreundliche Wildschweine. Und ich schieße natürlich daneben. Wow, den hat es aber voll zerlegt. Und den jetzt auch. Und wir sind Stufe aufgestiegen. Level 12. Schweinplündern. Das hatten wir schon. Hier ist noch ein Schwein zum Plündern. Das hat es voll auf den Rücken gelegt. Der hat echt gesessen. Na gut, so eine armen Brust, die hat natürlich eine gewisse Durchschlagskraft. Da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Hier haben wir noch einen Pilz. Hier war irgendwo ein Hase. Der lebt noch. Also das war dann quasi nicht der Hase, den wir gebraucht haben. Da ist noch ein Wildschwein. Vollgefressener Schwarzer Keiler. Der klingt irgendwie aggressiver als die anderen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht hießen die ja bisher alle so. Vollgefressenes Wildschwein. Ne, der klingt hartnäckiger. Aber ist er nicht. Da haben wir auch den. Also auf Armbrust zu wechseln war nicht das schlechteste, gebe ich ganz ehrlich zu. Da komme ich mittlerweile auch ganz gut klar. Schießt sich halt ein bisschen anders als der Bogen. Aber so vom Prinzip her nehmen wir so einen Unterstand. Da hätte man ja jetzt noch irgendein paar Items oder so platzieren können, dass der nicht ganz umsonst da ist. Aber hey, was soll's, man will sich ja nicht beschweren. Man nimmt das, was man kriegen kann. In unserem Fall Lüsse aus dem Schweinemagen. Hier kann man noch eine Säge einsammeln und noch ein Dämonenkäppchen und noch mehr von den ekligen Pilzen und noch ein Pilz. Das ist auch ja nicht langweilig. Ach, wir haben ja auch hier so einen riesen Hirsch. Die haben wir ja auch. Kann man hier die Axt noch einsammeln? Nee. Also eigentlich reicht's ja für heute, aber ich will jetzt noch so einen Hirsch abschießen. Nee, Häschen, lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ja, man muss ja hier nicht immer die armen wehrlosen Häschen abknallen, sondern nur mal so einen Hirsch. Bam! Habt ihr das gesehen, wie der sich auf den Rücken gelegt hat? Ja, der nicht. Man muss auch treffen. Der steht noch relativ frei, bei dem sieht man das bestimmt gut. Geben mal ein bisschen wildern. Ich schmeiß mich weg, wie die Schweine da rumfliegen. Ach, Schweine sage ich auch noch, die Hirsche. Was ist das? Das ist nur Blaubeeren. Hm, sehr lecker. Das hat hat man schon den Hirsch hier nehmen wir noch mit. Weil da kommen wir uns lecker oder Wildbraten machen oder sowas mit Knoblauch mit Manapflanze. ein Steinhaufen wo nichts drin ist. Ja, und dann haben wir die Wildschweine auch noch gekillt. Hüpf, hüpf, juhu. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns hier unten einen Zaun. Und ach, wir kommen auch hier durchs Haus hin. Sehr schön, dann stellen wir uns hier ins Zaun. Stellen wir uns hier ins Haus. Und dann würde ich sagen, mit Blick aufs Dorf machen wir für heute Schluss, reicht ja auch langsam. Speichern wir das Ganze. Und dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag, wann auch immer die Folge guckt. Bis zum nächsten Mal.